Deutschlands Automobilbranche steht vor einem Wendepunkt. Stell dir vor, Deutschlands legendärer Ruf als das Epizentrum der globalen Autoindustrie steht auf dem Spiel. Und zwar gewaltig. Der mächtige Verband der Automobilindustrie, VDA, warnt. Deutschland verliert seine Attraktivität als der Standort. Und zwar immer schneller. Hier ist der Deal. Wir sind Weltführer in der Autotechnik, noch. Doch der VDA schlägt Alarm. Waren rechtliche Hürden, speziell in der künstlichen Intelligenz, Überregulierung und lahme politische Entscheidungen könnten uns den Boden unter den Füßen wegziehen. Doch es wird noch dicker. Stell dir vor, du bist ein Zulieferer, ein Automobilzulieferer, der über Investitionen nachdenkt. Wo wirst du wohl investieren? Wahrscheinlich im Ausland, da hier unsere Energiekosten explodiert sind. Und es wird immer besser. Der VDA hat einen Plan, einen speziellen Industriestrompreis, um den Sektor, Automobilsektor am Leben zu halten. Und haltet euch fest, die Branche will unglaubliche 250 Milliarden Euro in die Digitalisierung pumpen. Doch wird Deutschland mithalten und die digitale Revolution unterstützen? Wie ist Ihre Meinung? Schreiben Sie sich unten in die Kommentare. Die Zeit läuft, Deutschland. Die Zukunft der Autoindustrie hängt in der Waage und kann sehr schnell für immer verloren sein. Danke, dass Sie reingeschaltet haben. Über ein Like, ein Kommentar, wie sehen Sie die Situation, würde ich mich sehr freuen. Auch über ein Abo würde ich mich sehr freuen. Das ist generell kostenlos hier bei YouTube. Dankeschön, bleiben Sie gesund und erfolgreich. Bis zum nächsten Video auf diesem Kanal.